heute wird der bis anzeiger von bär vorgestellt das sehen wir jetzt hier einmal das auspacken es sind drei stück an der verpackung drin in gelb blau und rot schauen uns erstmal den blauen mal an dort habe ich die batterie schon reingebaut steckt standard batterien triple a unten haben wir einen schalter drei positionen mittelstellung ist aus vorne ist die night version und nach hinten ist die normale version schalten wir mal ein das blaue licht bleibt an man weiß in der nacht wo steht die angel dann haben wir jeden empfänger hier neuen volt block wird hier eingesetzt standard batterie drei knöpfe man kann die lautstärke einstellen den ton einstellen vibration einstellen und ein und ausschalten schalten wir mal ein das ist eine night show night show ich mach mal aus noch mal achtung und jetzt noch mal einschalten diese night show fantastisch fantastisch dann legen wir den empfänger mal dahin und zwar haben wir auch hier die möglichkeit verschiedene sachen einzustellen wir haben die möglichkeit hier einmal die lautstärke einzustellen wird hier eingezeigt schon 234 und wir haben auch hier die möglichkeit die töne einzustellen welchen ton fantastisch und natürlich auch die sensibilität verschiedene levels das schöne an diesem set ist man sieht ob man einen full run oder homerun hat und zwar sieht man hier an diesen leds je nachdem wie stark der fisch zieht leuchten auch die entsprechende anzahl von leds achtung war das war ein homerun und jetzt war ein das set hat eine reichweite von mehreren 100 metern durch die standard batterien sehr schön einfach auszuwechseln überall verfügbar man kann hiermit sehr sehr fein angeln sehr viele karpfen werden hier sicherlich anbeißen man merkt jede jede auch wirklich jede aktion an der schnur über hunderte von metern an der schnur an dem haken der bis anzeige zeigt einfach alles an man kann nachts schlafen man hat den empfänger im zelt es leuchtet es piepst es vibriert es macht einfach alles man kann das sonst wohin stecken und man spürt jeden kleine 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 aktion an der angel daher zu empfehlen bei askari für nur 69 euro heute erworben top set wasserdicht sehr robust sehr feines angeln sehr gute entscheidung kaufen sie das set top aus 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 aus